Sabine aus Hamburg hat uns gemailt. Meine Schwester ist 34 und hat schon viele erfolglose Diäten hinter sich. Obwohl ich sie nicht wirklich zu dick finde, würde ich ihr gerne ein neues Buch zum Thema schenken. Aber ich finde den Bücherdschungel undurchdringlich. Kann Letra helfen? Für Leute, die sich viel mit dem Thema dick sein und dünn sein und schlank sein beschäftigen, empfehle ich das Buch Ich bin nun mal dick von Rainer Hunold, erschienen im Westend Verlag. Rainer Hunold ist ein beliebter und beleibter Schauspieler. Er hat ein Wohlfühlbuch geschrieben, in dem er ganz klar und deutlich sagt, dick sein ist toll, man muss sich einfach wohlfühlen in seinem Körper. Dieser Schlankheitswahn, der einem gesagt wird, nur dünne Leute haben im Prinzip eigentlich Spaß am Leben, ist alles Quatsch. Und es geht aber gar nicht mal nur so sehr stark um Schönheitsideale, sondern es geht vor allem wirklich um Zufriedenheit und glücklich sein und einverstanden sein mit seinem Körper. Und deswegen glaube ich, ist das ein ganz besonders schöner Geschenktipp.